Labeau, keine Ahnung wie das gesprochen wird, Labeau, Arts Coordinator, okay, das lustig wäre wirklich, wenn die ihre echten Nummer, oder zumindest so eine Fake-Nummer, die man wirklich anrufen kann, reingebracht hätten, das wäre eigentlich nett, das wäre optimale Werbung, du spielst das Spiel und denkst dir, rufst mal was an. Gut, was hätten wir denn hier drin, wieso sind hier drei Zahnbürsten, wieso ist die eine so schräg gelegt, die sind doch nur zu zweit, oder, wieso hat die dann drei Zahnbürsten, ist hier oben irgendwas drin, ist bestimmt immer irgendwas drin, aber spüren können wir, schade. Guti, reden wir mal mit der und speichern vorher. Geh los. Oh, nicht sogar ein Knochen? Ich könnte mich nicht schrauben. Und wer weiß, was ich mit dir tun hätte. Du bist hier, um ihre Royal Majesty Queen Victoria zu sehen, nicht wahr? Und... Äh, äh, b-b-b-b-b-bam, mit dir zu... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dass ich nicht wegen dir bin, ist so sicher, wie das an der Kirche... Na, ich hab diese Fuck-Therese mitgebracht, ja genau... Ne, ja, ich muss mit Therese sprechen, genau. Mir sagen wir mal nichts von irgendwelchen Geschäften. Therese ist draußen, um zu zeigen, wie gut ihre Lippe auf dem Pantseat der Camarilla zu befinden. Habt ihr, dass ihr eine Chastity-Belt oder was anderes gefunden habt, oder was? Ja, pfff, was brauch ich noch? Ich muss Therese etwas geben, was ich lieber mit Therese besprechen, nichts weiteres. Oh, Therese hat mir gesagt, dass du mit ihr was mit ihr zurückkommst. Habt ihr es mit dir? Ähm, ich gebe es niemandem außer Therese, genau. Wir haben von der immerhin den Auftrag gekriegt. Das mit den Thai-Schuhen werden wir gleich mal noch, äh, probieren. Äh, also zumindest gucken, ob die überhaupt solche Schuhe hat. Mal schauen. Ähm, überhaupt nicht. Hier nimm es. Nein, bitte beruhige dich. Äh, ich würde dir ja nicht mal die Uhrzeit geben, du verrückt. Äh, 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 äh. Äh, wie die auf die Leute losgehen. Alter, das ist... Man, das ist so viel Liebe her scott. Okay, ja, ja, jetzt ist er schon gut, hier hast du das Ding, nein, das wird auf alle Fälle nicht weitergegeben. Du hast es geschafft, wenn ich da drauf... Moment. Du hast es geschafft, Königin des Dramas, nimm es, nein, wir geben es dir natürlich nicht. Kannst du mal aufhören, du machst mich langsam wahnsinnig, ich verstehe, aber ich kann es dir trotzdem nicht geben, vier. Äh, wenn ich dies ja gebe, hast du... Nein, das geben wir auf alle Fälle nicht, es tut mir leid, das zu hören, aber ich muss wirklich mit Therese reden. Ah, jetzt erinnere ich dich, gebe dir die Ries und nur die Ries, bla bla bla. Fine, du hältst an's. Hm, since you were so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for a little trouble? Na, immer wieder gerne. Ich bin nicht zu mir schon an's, bla bla, und so weiter, nein, vergiss es, ich hab genug davon mit dem Plan, nein. Äh, was würde ich wollen, lächeln auf dieses Angezaubern, ah, kommt drauf an, worum es geht, genau. Oh, okay. Gut, und, und, was soll ich machen? Ich versuche, das wird nicht lange dauern. Geh dieses Knife. Gib die Schilder in der Galerie eine gute Slashing. Nicht getraut, und nicht schau es in ein Massaker. Und steh die Charity-Box, würde ich? Bist du dir etwas Velvet. Ich bin sicher, Therese wird zufrieden, wenn du zurückkommst, wenn du zurückkommst. Aber in der meantime, geh zu dem Museum und ruin die Schilder, dann paye mir eine Bescheid. Ich will alles über das hören. Hör auf, ich kann mich nur so lange amusen. Oh, okay. Ähm, ich will sich niemals absichtlich warten lassen. Bla, bla. Wenn ich bei meiner Rückkehr nicht mit Zangregen kann, prügele ich... Na, wir wollen ja nicht gleich aggressiv werden. Bin bald wieder da. Bis dann. Ja, wohl, wohl. Moment. Die Gerät-Wirklichkeit, ich stehe das Enkel. Ne, nochmal mit der Reden kann ich nicht. Mein Gott. Dem gehört eigentlich der Regenschirm. Ja, uh, Post. Ne. Mann, geh doch mal auf. Geh auf. Okay, später. Und rein in die Gutsstube. Dam, 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 dam. Ja, hätten wir... Das ist nur alles gesch... Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Uh, drei Punkte haben wir wieder extra bekommen. Wenn ich wieder, keine Ahnung, mehr als zehn Punkte habe oder sonst was, dann werde ich mir wieder welche vergeben. Aber jetzt bringt es sowieso nicht. Von daher... Gut. Hätten wir... Moment. Ich erinnere mich, hatte ich gebeten, in der Galle-Nein-Sag-Blatt. Ja. Oh, das ist eine Tagebuche von dem Inhalt nach. Kein Ein-Ein-Blatt. Gut. Ja, aber das kann ich doch irgendwie... Oder geht das nicht? Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie eine Lösung zu diesem Dilemma. Aber jetzt wird erst mal Galerie Noir besucht. Dürfte funktionieren. Mal schauen, ob man da rein... Wer bist du? Ist verschlossen. Es sind viel zu viele Leute. Ich gehe da mal lieber kein Risiko ein. Wer bist du denn? Ja, hinten war, dachte ich, noch irgendwie so ein Gitter. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie noch ab. Oh, Mann. Ich bin nicht... Sie sind nicht stark genug, um das zu bewegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Sinn. Okay. Äh. Haben Sie nicht den Anruf bekommen? Und wer bist du denn, Chief? Ich habe nicht ohne... Ah, der Künstler hat den Direktor angemacht. Also muss ich seine Kunstwerke aus der Show nehmen. Und wer möchtest du denn, Chief? Ich bin der Stellvertreter, Museumsdirektor. Lassen Sie mich nur einen rein. Ja? Hey, well... Ich habe einen Blick auf dich. Ich würde sagen, nein. Und kein Schade an das. Unsere Arbeitsklasse-Folkern müssen uns selbst schauen. Aber wenn du eine Prüfung ausfälligstelle, wie kann ich einen kleinen Schluck der Beerklau und eine Kuppe-Kuppe-Kuppe? Hm. Abgemacht. Haha. Okay. Äh... Vielleicht schreiben Sie gleich ein paar dazu, nur um sicher zu gehen. Haha. Ja, bis dann. Und ich muss noch nicht mal in die Hintertür rein. Ich bin sowas von gut. So, gewonnene Erfahrung. Punkt einen. Die Bilder fand ich auch genial. Die sind schön gemacht. Werden wir dann gleich nochmal... anschauen. Wenn ich jetzt Menschlichkeit abgezogen bekomme, nur weil ich das Ding mitgenommen habe. Gibt's Haue. So. Ähm. War ja klar.